Um mich genauso komisch anzuhören wie beim letzten Mal. Isaac bekommt ne Persönlichkeit. Oder eine Persönlichkeitsstö... Was zur... Helle? Ich kann mich hier doch nicht ablösen. Wack, wack. Wacka, wacka. Ich muss mich eigentlich erst... Ich hab grad was gesehen. Mist. Wow. Keine Ahnung, ob Sie nicht hören können. Sie müssen nach oben ruhen. Hören Sie mich? Nach oben! Der Ripper. Ripper, Ripper. Meister Popper. Ey. Ich hab's schon wieder getan. Verdammt. Bestimmt dürfen wir das auf keinen Fall machen. Warum auch immer. Hey, hier sind verdammt viele Stase Stationen. ... ... ... ... ... Die Energieknoe. Dir gefallen mir immer besonders. Genau, und dann machen wir uns frisch ans Werk. Frisch ans Werk. Oh, ja, jawoll! Ah. So, dann wäre schon mal der erste stabilisiert. Abprobieren. So, und jetzt kommt das letzte Stückchen. Okay, ich muss schneller sein. Schade. Was mache ich? So. Jumper Blasch. Schwerkraft im Schacht ist jetzt offline. Gut, denn das war bestimmt ein Fehler. Aber... Plot nötig. Ja. Ja. Das gewissermaßen... Das... Wie... Ja, ne, ist klar. Dann müssen wir halt so da durch. Tschuuu. So. Und dort hinten. Und da habe ich noch was gesehen. Ah, jetzt kann ich den Halbleiter Gold nicht aufnehmen. Das ist natürlich auch los. Oh, was schmeißen wir dafür raus? Hier. Die... Ich hab's schon wieder getan. Die beiden Harpunenteile waren da voraus. Jetzt dürfte ich nach oben kommen. Was? Was zur Hölle? Ach so, plötzlich ist es auch. In der Nähe. Jetzt muss ich wieder was rausschmeißen. Da! Nein! Ich krieg die Grenze! Wo muss ich denn jetzt? Da! Hey, cool! Ich werde direkt in die Richtung gedreht! Miau! So! Fuck off-ball! Ist hier noch irgendetwas zum Aufnehmen? Ich glaube nicht. Kommen wir zu irgendwelchen Gegner? Ich glaube schon. Oh, hallo! Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? War eine Änderung? Nein. Wenn Sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße! Das Signal wird lächer! Folgen Sie dem Aufsicht in der Nähe des Geländes! Oh! Ja, ja! Ein Autops! Autops! Ja, ja! Ein Shop! Ein Shop! Ich liebe Shops! 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 Kommt hier noch irgendetwas? Aha! Alles klar! Mit einer Workbench! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Sicherheitsanzug! Und dann wird erstmal wieder verkauft! 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 Äh, und du wirst verkauft! Jetzt wird's... Ja! Bitte danke! Bitte danke! Ah! Neuer Anzug! Stufe 4! Wir sind aufgelevelt! Attribute... Attributspunkte und Fähigkeitspunkte bitte verteilen! Ach je! Okay! Das wär's noch, wenn der Space jetzt auch in die Rollenspielabteilung gehen würde! Meine Güte! Der Anzug sieht jetzt aber schon ziemlich verändert aus! Yeah! Cool! So! Hey! Das sieht ja jetzt endlich mal noch etwas aus! Also dieser Anzug, der gefällt mir schon wesentlich besser! Nicht so matt in Sepia-Farben gehüllt! Ja ne! Ist klar ne! Ich kann nicht speichern! Ich kann nicht speichern! Es war nur vorübergehend! Ich trau' dem Braten nicht! Egal! Arbeiten wir erstmal an der Workbench! Wir haben vier Stück übrig! Das Apu-Gewehr, das benutzen wir ja kaum! Plasma-Kurte! Ich mache mir das, was nötig ist! Das, was wir gerade noch machen können! Kapazität können wir so gerade auch noch erhöhen! Das ist schön und fein und gut! Aha! Und jetzt ist hinter mir etwas! Hinter mir! Hinter mir! Los! Komm! Komm! Langweilig! Warte, was soll ich sagen? Ach, das sind diese Serre, die wahrscheinlich stecken geblieben sind! Na? Gar nix! Oh, Geld! Gut, dass wir uns immer brav umschauen! Aber ich denke, damit ist es jetzt mal mit meiner nächtlichen Expedition in Dead Space 2 auch erstmal gewesen! Okay! Speichern wir für heute ein letztes Mal! Und jetzt wieder eins! Und dann wünsche ich euch noch freudige Grüße! Ob ihr nun am Tag schaut, in der Nacht, äh, gerade als ihr aufgestanden seid oder bevor ihr hier schlafen gehen wollt, damit ihr richtig schöne Albträume kriegt! Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß und habt ihr nicht gesehen, habt ihr nicht gehört, alles mögliche, ne? Hm, so gespeichert habe ich! Ich krieg, hä, kriege ich überhaupt Schaden? Äh, ich krieg Schaden! Ja, ich krieg erst einfach Schaden! Yay! Aber irgendwie total ineffective! Naja, bei dem Versuch, mich selbst umzubringen, bin ich ja jetzt gnadenlos gescheitert! Bis zum nächsten Mal bei Dead Space 2! Schönen Abend! Schönen Tag! Schöne Nacht! header und SWR! Untertitelung des ZDF, 2020